Hallo? Hallo? Hörst du mich? Ich hör dich, ja. Ja, okay. Wie alt bist du? 12 du. Ich bin 15. Machst du YouTube? Ich mach YouTube, ja. Wie heißt du? Tromax. Ja, ja, ja. Nein, ich heiße Wichtiger. Und was machst du so? Micro Skywars. Kennst du das? Hast du 12 A? Was hab ich? 12 A. Was ist das? Ach, egal. 12 A. Warum soll ich 12 A's haben? Hä, was will der von mir? Ich versteh's nicht. Ist es okay für dich, wenn du bei 4 Tonnen Leuten gerade zu hören bist? Ja, okay. Ja, okay. Und was machst du so in deiner Freizeit? Na ja, Fußballspielen. Christian Vandalo. Ich spiel auch Fußball. Ich hab mir gestern den Fuß umgeknickt. Da ist das Außenband jetzt gerissen. Ja. Willst du mir keine gute Besserung oder so sagen? Brauchst du Hilfe? Ja, ich brauch Hilfe. Also ich hab hier, meine Viewer sind gerade hier. Ich hab ja 4 Tonnen Viewer gerade. Und ich hab hier ganz süß, wenn die vor mir tanzen. Ey, was? Warum tötest du die anderen nicht? Ne, das find ich asozial. Weißt du? Wie heißt du? Warum? Ich will's wissen. Weil ich will dich mit dem Namen ansprechen. Sebastian. Sebastian, hör mir mal zu. Die Welt ist ungerecht, okay? Die Welt ist ungerecht. Aber egal wie oft du hinfällst. Wait, waren das Bots? Nein, das war ein echter Gegner. Das Ding ist, ich bin Anfänger. Sebastian, hör mir zu. Egal ob du Anfänger bist, Veteran oder Profi. Die Welt ist grausam, Sebastian. Hör mir zu, Sebastian. Hörst du mir zu? Ja. Die Welt ist grausam. Egal wie oft du hinfällst, fall immer mehr, äh, steh immer mehr auf. Weil wenn du nicht aufstehst, dann ist es irgendwann vorbei. Zu spät, um aufzustehen. Verstehst du mich? Achter Scheiße, das sind ja drei Schritte. Verstehst du mich, Sebastian? Ja. Und weißt du, was wir jetzt machen? Was? Wir spielen nochmal eine Runde. Okay. Weil wir fallen, wir stehen wieder auf. Wir sind jetzt beide gefallen, aber wir stehen beide wieder auf. Brauchst du Krankenwagen oder was war das gerade? Polizei. Bist du gut? Äh, gut in was? In Fortnite. In Fortnite bin ich gut, ja. Sebastian, hast du eine Freundin? Hatte. Oh, Sebastian ist gebrochen! Hä, warte mal, er ist zwölf, Digga. Was war Hatte? Wie lange ist das her? Vor einer Woche. Wer hat Schluss gemacht? Sie. Warum? Sie hat einen neuen. Oh mein Gott. Und wie heißt der neue? Ja, aber über Danny. Danny? Ja. Und sie hat sogar über Handy Schluss gemacht. Sie hat mir nicht ins Gesicht gesagt. Wie alt ist Danny, wenn ich fragen darf? 14. Wieder Minecraft-UHCs? Der spielt Minecraft, ja. Warum? Holy Spear. Nee, weil... Äh... Nee. Und... Bist du traurig? Ja. Das Ding ist, wir gehen noch in eine selbe Klasse. Oh... Und Danny auch? Nee. Wie findest du jetzt Danny? Ja, ich hab den halt noch nie gesehen. Aber du weißt nicht wie er aussieht? Doch schon, aber der hat Locken, aber... Das ist das, was ich meine Sebastian. Jetzt bist du hingefallen. Deine Freund hat dich im Stich gelassen. Aber das war nicht die richtige Sebastian. Du musst immer wieder aufstehen. Äh, brauchst du ne Hebel? Äh, nee. Brauchst du Minis? Äh, nee. Hast du Locken? Nee. Willst du welche? Nee. Wie lange wart ihr denn zusammen eigentlich? Ich glaub zwei Jahre. Zwei Jahre? Ja. Also seit ihr mit... Wo du zehn warst, seid ihr zusammengekommen? Ja. Und wie alt war sie da? Ja, sie ist genauso alt wie ich. Okay, dann ist... Okay. Habt ihr... Also wenn ich das jetzt unter uns Jungs jetzt fragen darf... Habt ihr euch äh... Geküsst? Ja. Sebastian, hast du Freunde? Ja. Okay. Warum? Nee, weil ich hab keine. Wollen wir Freunde sein? Willst du, wenn wir befreundet sein? Ja. Echt? Ja. Ja, okay. Wir können befreundet sein. Also sind wir jetzt Freunde? Ja. Danke. Wo wohnst du? Also in welchem Bundesland wohnst du? Was ist nochmal Bundesland? Wie heißt du eigentlich, wenn ich fragen darf? Äh, ich heiß Hugo. Ja, dazu muss ich sagen, mit 12 wusste ich wahrscheinlich auch nicht, was Bundesland ist. Gut gemacht Sebastian! Gut! So, was war die Frage? Du weißt nicht, was Bundesland ist? Ja, was bedeutet das nochmal? Ähm, halt Bundesland. In welcher Stadtnähe wohnst du? Also, welche Stadt ist am nächsten dran? NRW. Äh? Oh mein Gott, Digga. Ne, alles gut Bruder. Äh, ist die Stadt schön? Ja, es geht. Warum nur geht's? Wir laufen halt sehr viele Mädchen rum. Ja, ist doch geil. Ja. Warum nicht? Das Mädchen ist halt 24, sieht mir mal den Kopf. Oh, du kriegst es nicht aus deinem Kopf raus. Sebastian, soll ich dir was sagen? Ja. Zeit, halt alle Wunden. Du musst sie vergessen, sie hat dich betrogen. Das, das, das ist... Ja, aber ich kann's nicht. Ja, aber du musst... Ich weiß, Sebastian, du musst stark sein. Du, du musst... Das, das geht gar nicht, dass die, was die hier gemacht hat. Kann ich dir irgendwie helfen? Nö. Warum nicht? Wo willst du mir weiter helfen? Ich weiß nicht, sag du's mir. Kann ich dir mit irgendwas ne Freude machen? Okay. Ey, Hilfe, hier ist ein Schlitter. Nö, Digga, der Bot killt mich, halt die Fresse. Hab alle Worte. Gut gemacht Sebastian, du bist so krank! Guck, ich hab ein Kind zum Lachen gebracht. Das war ich immer glücklich. Ey, hier läuft irgendwann noch ein Bot rum. Pass auf, der attackiert dich. Ja, hä? Aber, äh, Trinker Minis. Sebastian, kann ich dir ne Freude machen? Wie willst du mir ne Freude machen? Was macht dich glücklich im Leben? Na, meine Familie. Oh, Hilfe, help me. Hast du ne Schwester? Ne, nen Bruder. Wie alt ist der? 18, er wird. Ich bin tot. Ich bin jetzt komplett tot. Nein. So, egal Sebastian. Du bist ein Löwe. Kämpf. Kämpf um mich. Wenn du mich wirklich magst, wir sind Freunde. Dann kämpf. Hol die Reboot-Karte und geh zum Bus und kämpfe. Wie ein Löwe. Schrei. Schrei, Sebastian. Sag mal wah. Wah. Ja, und jetzt lauter wah. Wah. Ja, und jetzt hol sie. Bei go sagst du wah und du rennst zu denen, okay? Drei, zwei, eins, go. Wah. Komm her, du fetter. Komm mal. Wah. 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 Ja, Sebastian. Und jetzt finde ich ihn. Du wirst von links gesnipet, aber das juckt dich nicht, weil du ein Mann bist. Du bist tot. Du bist tot. Du bist tot. Ja. Egal Sebastian. Du hast, nein Sebastian. Du hast um dein Leben gekämpft Sebastian. Wollen wir noch ne Runde spielen? Nee. Na, ist der Jog. Na ja, 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 kennen wir. Five, six, seven, eight. Was passiert da gerade? Lass Conny landen. Okay. Bist du glücklich gerade? Nee. Okay. Wie alt ist dein Bruder, der dir die ganze Zeit schreit? Den kenn ich nicht, der wohl neben mir hockt. Ach so. Ich hock auf der Straße, deswegen. Wo hockst du auf der Straße, Bruder? Ich hab kein Zuhause. Aber es heilt. Du bist in einem Raum auf jeden Fall. Nein. Doch, es heilt. Ich bin auf der Straße. Ja, ich hör aber keine Autos. Na, ich hock auf der Toilette. Hä? Ich bräuchte mal Hilfe. Ja, ich muss mich... Der hat gedenzt. Ich muss mich erstmal hierhin. Hallo, ich brauch Hilfe. Ja! Ja, ich muss mich erstmal hierhin. Meine Ex hat ihm gerade ne Sprachnacht geschickt. Was hat sie gesagt? Ja, angeblich sagt ihre Freundin, dass wir ihr Nachbarn anspucken und so. Was? Ich wohne doch auf der Toilette. Willst du gerne mal ein eigenes Haus haben irgendwann? Ja. Ist das dein Traum? Ja. Ja, aber die Kinder, die da schreien, sind die mit dir auf der Toilette oder was? Ja. Wer bist du, du verrückter Sockel? Was machst du hier? Ich mach dich bald. Darf ich mal mit dem reden? Mit wem? Mit dem Typen, der die ganze Zeit da rumschreit. Mit dem Mädchen oder mit dem Jungen? Mit dem Mädchen. Ah, was hast du mit deinem Kopf? Hallo? 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 Oh Gott, der hört sich an. Was? Stimmt das, dass die auf der Toilette wohnt? Nein, wir wohnen in deinem Haus. Also das ist mein Cousin. Ah, dein Cousin. Okay. Ist dein Cousin cool? Nee. Hast du einen Freund? Maybe. Du bist so schüchtern. Nein, bin ich nicht. Sag mal, der soll mich hochholen. Ja, ich such grad. Nee. Ich hab's gehört. Ich hab's gehört. Der Small jetzt. Hey! So redet man nicht mit seinen Cousins. Das ist nicht mein Cousin. Ih, du, äh, ekliger. Wer denn da rumschreit, wer ist das? Das ist unser Nachbar. Warum ist er bei euch? Digga, bist du behindert? Weil mein kleiner Cousin gewirkt hat. Weil man benutzt behindert nicht als Beleidigung. Das ist respektlos. Kannst mir aber auf Insta folgen. Du kannst mir auf Insta folgen. Ich heiße jetzt Hugo. Achso, du machst YouTube? Ich mach YouTube, ja. Oh Gott, wer bist du denn? Zeig mal. Sehe ich so hässlich aus. Ja, ich hab dir gefolgt. Dankeschön. Ich guck gleich. Aber jetzt musst du Sebastian haben, weil wir müssen gewinnen. Ciao, Kakao. Und wenn du mich nicht anfragst und mir irgendwann folgst, dann fühl ich sie auch. Bastard. Ciao. Oh, beleidigt die so. Ich bin wieder dran. Deine Cousine ist sehr frech, ne? Ich weiß. Die sagst du zu mir. Ja, findest du das korrekt? Lässt du dir das gefallen? Mir ist es eigentlich egal. Wie alt ist sie? Sie wird 15. Soll ich mal nicht mit älteren anlegen? Ich bin nämlich 15. Hallo? Was ist los? Nix. Ich bin verloren. Bitte hilf mir. Pass auf, da ist noch einer. Alles gut, Sebastian. Wenn man an dich glaubt, dann schafft man alles, Sebastian. Okay? Sebastian, du musst dich jetzt zusammenreißen, okay? Sebastian! Sebastian. Es gelieft. Er lieft einfach. Oh mein Gott, Digga. Es gelieft.